Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Gegenstand-Shop vom 11.02.2022. Ich bin auf jeden Fall soweit mal gespannt, was heute da draußen in der Wildnis im Shop ist und würde sagen, dass wir da mal gleich reingehen und das Ganze auschecken. Let's do the room go, meine Freunde, was haben wir heute am Start? Und wir schauen uns das mal an. Auf jeden Fall ist heute was Cooles am Start. Wow, die Brays sind auf jeden Fall am Start. Schauen wir uns das Ganze natürlich gleich nochmal genauer an. Fangen wir erstmal unten an. Also viele Leute sagen immer, Bruder, warum hast du nicht geguckt? Bruder, was da unten ist? Also gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Also die Pakete sind gleich geblieben. Dann sind die ganzen Liebes-Items immer noch am Start. Also ist nichts Neues da. Also die ganzen Items, die unten sind, Freunde, sind uns schon bekannt. Deswegen schauen wir uns doch erstmal den täglichen Bereich an. Im täglichen Bereich sieht es auf jeden Fall so aus, als ob da ein paar seltene Sachen drin sind. Fangen wir als alle erstmal mit Komm doch an. Nach 735 Tagen wieder zurück. Dann haben wir hier Wurfscheibenwirbel. Nach 799 Tagen wieder am Start. Der Ahnenschlag nach 603 Tagen. Nach 1053 Tagen. Todestal. Alter, holy macaroni. Brutal seltene Items auf jeden Fall am Start. Dann haben wir noch zwei Skins. Einmal die Scharleichnatter. Nach 228 Tagen und nach 53 Tagen Nickechen am Start. Kann man auf jeden Fall so gerne natürlich mitnehmen. Dann haben wir nochmal zwei Iconic Emotes. Die wir uns nochmal genauer anschauen. Beide sind nach 47 Tagen zurückgekehrt. An sich nichts Besonderes. Das ist halt so Duo Emotes, sag ich mal. Kann man mit seinen Freunden dann halt sozusagen zusammen machen. Sollte jeder von euch kennen. Dann haben wir hier natürlich nochmal die Prismaklinge. Inklusive Celestis nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Dann geht es einmal rüber. Und zwar zu Honighacker inklusive Bushranger. Nach 33 Tagen wieder zurück. Und zu guter Letzt haben wir Mel am Start nach 37 Tagen. Wir switchen einmal nach oben zum neuen Paket. Und zwar haben wir hier einmal Bruno Mars am Start. Wie ihr gerade mit uns sehen könnt. Schaut auf jeden Fall ganz cool aus. Hat auf jeden Fall den einen oder anderen nicen Stil mitgebracht. Schaut echt wie gesagt geil aus. Feiere ich, Freunde. Sage ich euch so wie es ist. Also in der oberkörperfreien Version schaut es ganz nice aus. Dann haben wir hier nochmal Rückenaccessoire am Start. Spitzack ist ebenso da. Dann haben wir nochmal Anderson Park. Oder wie das Ganze ausgesprochen wird. Sieht auch brutal nice aus. Also hier der Pelzmantel mit dem Jogginganzug. Drippt auf jeden Fall brutals rein. Feiere ich unnormal. Inklusive Rückenaccessoire. Ist jetzt nicht so nice. Spitzack hier ebenso vertreten. Dann haben wir nochmal den Emote. Und die Hintergrundmusik. So will dann aber auf jeden Fall auch schon hier zum heutigen Shop. Lasst gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren. Den Glockenzeig. Ich bin nochmal draußen. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Floor. Euer Fraps. Und ciao. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps.